Ich bin Anita Farke und spreche den Exoda-Blog-Podcast für Dich. Technik, Gesellschaft und auch Politik. Rechenzentren sind das Rückgrat vieler digitaler Dienste, von Cloud-Computing-Anwendungen bis hin zu künstlicher Intelligenz, KI. Die Nutzung von GPUs hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, da diese für komplexe Berechnungen, die in der modernen Datenverarbeitung notwendig sind, optimiert sind. AMD hat in jüngster Zeit innovative Grafikkarten und Rechenplattformen entwickelt, die nicht nur leistungsstark sind, sondern auch energieeffizient, was in Zeiten steigender Energiepreise und ökologischer Bedenken von entscheidender Wichtigkeit ist. Ein Schlüsselmerkmal der AMD GPUs ist ihre Fähigkeit, parallele Verarbeitungsaufgaben effizient zu erledigen. Die Implementierung von Open-Source-Software und die Unterstützung durch ein starkes Entwicklungsteam sind strategische Schritte, die AMD unternimmt, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Beobachter der Branche haben berichtet, dass AMDs Ansatz, eng mit den Entwicklern zusammenzuarbeiten, um ihre Software für die spezifischen Anforderungen der GPUs zu optimieren, positive Ergebnisse zeigt. Ein weiteres bedeutendes Thema ist die sogenannte BitRauschen-Technologie. Dieser innovative Ansatz zielt darauf ab, die Effizienz von Datenübertragungen innerhalb von Rechenzentren zu maximieren und so die Verarbeitungsgeschwindigkeit erheblich zu steigern. Technologen sind der Ansicht, dass der Einsatz von BitRausch-Technologie in Verbindung mit den leistungsstarken GPUs von AMD die allgemeine Rechenleistung erheblich verbessern kann. Durch die Minimierung der Menge an redundantem Datenverkehr können Unternehmen nicht nur ihre Ressourcen besser nutzen, sondern auch ihre Umweltauswirkungen reduzieren. Neben den technologischen Fortschritten hat AMD auch die Bemühungen um Nachhaltigkeit verstärkt. Der CEO des Unternehmens betonte, dass die Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger Leistungssteigerung ein Hauptziel des Unternehmens ist. Analysten schließen nicht aus, dass AMD eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung spielen wird, insbesondere da immer mehr Unternehmen ihre Infrastruktur auf moderne, leistungsstarke Lösungen umstellen. In der Branche gibt es allgemeine Einigkeit darüber, dass AMDs Innovationen die Art und Weise, wie Datenzentren arbeiten, revolutionieren könnten. Insgesamt zeigt sich, dass AMD mit seinen fortschrittlichen Technologien und dem Fokus auf Nachhaltigkeit gut positioniert ist, um in einer Zeit, in der Daten das neue Öl darstellen, an der Spitze zu bleiben. Durch die Investitionen in Forschungs- und Entwicklungsprojekte wird das Unternehmen voraussichtlich weiterhin innovative Lösungen anbieten, die den Markt nachhaltig prägen. Die Zukunft der Rechenzentren sieht vielversprechend aus und AMD könnte sich als zentraler Akteur in der nächsten Phase der digitalen Revolution etablieren. Autor Anita Farke, Montag, 29. Juli 2004 Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.